Hase, Raptor, Spät, ich frag mich, wer den besten Stil hat FBT steht seit neuestem wohl für Fire Battle Tierpark Check euch zwei in den Kochkessel Der Tatekt ist oft getüchtigt, oft getüchtigt auf der Karte Heute Geflügelwurst und Froschenkel Image ist so fake, als wäre es von Photoshop Ich werde Raptor gründlich auf den Zahn fühlen Kokodok, klanzt nicht mit krassen Psycho-Lines und zu viel Representa Aber dein Gestrei erinnert an ein Dino-Baby Du und diese Fauna-Member haltet uns hier totgeglaubter Aber nicht nur maskentechnisch hast du eine große Schnauze Sag, was redet ihr von Menschen schlachten am Erglaufen Wenn ihr schon nach einem Tropfen Blut den Drang verspürt, zum Klo zu laufen Wer ist denn solch ein Specht? Ich dachte, ich battle einen Gegner der Stadt neu im Style Schmückst du dich mit Entertainment-Svedern? Man könnte meinen, ihr seid das Wild und wir die Jäger nach dem Rumpen In dieses Vogels schreibe ich den nächsten Text aus seiner Feder Raptor hat vergessen zu beten vor Masturbieren Also schickt er sich zum Teufel, denn dieser wird ihn dafür lieben Seine Depri und Emofaser hat doch jeder mal Ihr seid der Beweis, dass Gott auch Fehler macht Seuchen Specht wurde für sein Outing noch nicht gratuliert Denn Homosexualität wird in der Gemeinde nicht akzeptiert Ihr steht für 666, doch ihr seid ne Null jetzt letztendlich Raptor und Seuchen Specht, absurd, abseudo-Rap Ihr Feuys seid nicht Hardcore, sondern harmlose Beutestacks So viele Wackenzeilen, naja klappt wohl nicht ganz ohne Denn Raptor ist metaphorisch, nur ein Frosch und nicht Franzose Ich sorg im FPT für Waldsterben, naja ihr seid nicht Deutsch, Raps Fauna Ihr seid Deutsch, Raps Halsschmerzen, eure Parts und verliere meine Fassung total Ihr wollt mir geben, keine Pops, nur eine Packung Prospanen Ich komm mit Flinte in den Wald und mach euch Pisser damit kalt Ihr rappt von Hölle und Dämonen, aber fliegt beim ersten Knall Seht Zeuchis lässt im Brand, worauf der schwächten Flammen versinkt Ja bestimmt zieht Raptor deshalb so ein langes Gesicht Ihr bekommt nen Heulkrampf, immer im Real Life echtes Blutvlies Betreibt kein Sadomaso, nein, ihr dreht ein Scary Movie Tausend Plugins auf der Stimme, was soll daran bitte Kunst sein Ohne Effekte stehen da zwei Lappen, die nur rumschreien Eure Lappen, die nur rumschreien